Heute packen wir den Einhell GE CM43 Akku Rasenmäher aus und geben ihm eine ordentliche Testfahrt. Ich bin schon gespannt, was dieses Schmuckstück so drauf hat und ob es die Versprechen hält. Lasst uns direkt eintauchen. Also ich habe den Einhell Akku Rasenmäher jetzt mal richtig unter die Lupe genommen und ich muss sagen, das Teil ist ein echtes Kraftpaket. Mit den zwei 18 Volt Akkus und jeweils 4,0 Amperestunden kannst du deinen Rasen bearbeiten, ohne dass dir ständig ein Kabel im Weg liegt. Richtig praktisch, sag ich dir. Die Schnitthöhe lässt sich kinderleicht in sechs Stufen einstellen, sodass du genau die Höhe kriegst, die du für deinen Rasen willst. Und weil der Führungsholm dreifach höhenverstellbar und klappbar ist, kann wirklich jeder damit umgehen, egal wie groß oder klein du bist. Und wenn du fertig bist, klappst du ihn einfach zusammen und verstaust ihn, ohne viel Platz zu brauchen. Was mir besonders gefallen hat, sind die Räder. Die sind nämlich so gemacht, dass sie deinen Rasen schonen und gleichzeitig auch auf unebenem Gelände super klarkommen. Und die Grasfangbox? Die hat eine Anzeige, die dir genau zeigt, wann es Zeit ist, sie zu leeren. Mega praktisch. Das Gehäuse ist aus einem 10 Kunststoff, der einiges aushält und der Tragegriff macht es einfach, den Meer herumzutragen. Wenn du magst, kannst du mit dem Mulchkeil das Gras direkt auf dem Rasen verteilen, was ihm noch zusätzliche Nährstoffe gibt. Der Motor ist auch nicht ohne. Ein bürstenloser Pure Power Motor, der richtig lange hält und auch dazu wartungsfrei ist. Und wenn du den Meer online registrierst, kriegst du sogar 10 Jahre Service auf dem Motor. Alles in allem ist das Teil nicht nur super für große Rasenflächen bis zu 600 Quadratmeter, sondern auch richtig benutzerfreundlich und effizient. Ein echter Allrounder für den Garten. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen. Nachteile Teile größtenteils Kunststoff. Recht laut. Vorteile Top Akkusystem. Super leicht. Einfach schieben. Tolles Mähergebnis. Fangkorb prima. Breite Schnittfläche auffällig. Preisleistung passt. So, wir sind am Ende angelangt mit unserem Blick auf den Einhell GE CM 43 LIM KIT 3413130 Akku Rasenmäher. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick geben und helfen, eine Entscheidung zu treffen. Vergiss nicht, in der Beschreibung gibt es Links, wo du noch mehr Infos findest und natürlich auch schauen kannst, wo du ihn zum besten Preis bekommst. Hast du noch Fragen oder eigene Erfahrungen mit dem Meer? Dann immer her damit in den Kommentaren. Und falls dir das Video gefallen hat, zögere nicht, unseren Kanal zu abonnieren. So verpasst du keine unserer zukünftigen Reviews. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und munter.